2 Ja, das ist jetzt der letzte Mal haben wir unsere ganzen Prämien hier abgeholt Haben Pedro den Spitzel ein bisschen ausgefragt Haben jemanden im Kampfbesicht, äh, ja Das hat sich gelohnt Ich brauche Proviant Aber wir haben das Mini haben das noch nicht abgegeben, oder? Ja, Mini Ist noch Prokop kriegen? Ja, schon Haben wir das noch nicht abgegeben? Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus So gut bin ich auch nicht Ja, haben wir schon gemacht Was? Wenn du klaust, gibt's Ärger Ja, ich klau nicht, alles gut Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast Ja, Mutti Ähm, Logbuch Ja, das ist das Finne Stalbert Die Wasserträger Vorher in der Nacht Wollen Ah, die Prennung eines Girarden Hm Das Leder haben wir irgendwann verkauft, ne? Blutwurzeln Haben kann Okay Dann würde ich ja fast mal sagen Wir gehen das zurück ins Piratennest Und machen dort die Quest weiter Ähm, können wir ja noch braten Ich weiß gar nicht von mich Ich hab kein Fleisch zum Braten Okay Ähm, dann geht's weiter Warte mal Machen, oder? Was willst du denn hier? Hey Ha, das hat sich gelohnt Okay Hm No Die Sache mit Difuego ist erledigt Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Ha! Hast bei Pedro abkassiert? Den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen Aber ich hab heute meinen großzügigen Tag Mark Hier Nehm fünf Flaschen vom besten Takariguaro Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Nichts wichtiges Na dann, Prost Hm Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen Gut Er geht los Ja und du sowas machst du Leute Ja Ey, Patty Stirn nicht so Verdächtig rum Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht Das ist Lütig Rennen Wissen Ja 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 Ah, wir reden dann ja danach, nachdem wir bei den Wasserträgern waren und auch mit Stahlbach. Mal gucken, wo der uns hinfällt. Wir haben ja mal ein bisschen was verkunden hier, ne? Wow, na schon. Die Höhle da im Norden, glaube ich, war das. Das gehen wir aber noch nicht hin. Ja, aber da sind wir noch nicht stark genug für. Können wir eigentlich bevor wir das jetzt machen, äh, irgendwie skillen oder so? Ja, unser Charakter. Ja, wir können was gehen. Wollte mal was sagen, wir gehen jetzt auch noch mal auf Klingen. Ja, komm, wir gehen jetzt noch mal auf Klingen. Wir müssen noch ein bisschen stärker mit der Klinge sind. Die steht halt vor. Was hast du für mich? Stahlbart ist hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So, und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Ja, ist der gefährlich. Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist der Gefall. Ich schneide dich in Streifen. Ähm, Kamera? Kamera? Ähm, der macht richtig ekel Geräusche. Ähm, der macht richtig ekel Geräusche. Ähm, der macht richtig ekel Geräusche. Okay. Alter. Ich höre mal irgendwann auf mich zu. Ähm. So, mein Freund. Ring des Inquisitors. Ich würde mal sagen, wenn wir schon mal hier unten sind, gucken wir uns noch mal ein wenig hier um. Oder ich meine, ich finde mir noch was. Hier ist ein Wasserfall. Das heißt, ja, das Gebiet habe ich noch nicht nach Grunde. Also, so. Na ja, ich weiß nicht. Ähm. Ja. Na ja. Ich muss noch eine Kiste. So, eins. Na, da wird man nicht lang. Ich kann hier hinten noch die Insel. hmmm oh die Karte ah das ist ok Alter der hinter mir hilfst du mir auch mal oh ah moin mir das ist ein Fettnuch das ist ein Fettnuch das ist ein Fettnuch das ist ein Fettnuch da mussten wir mal zur Seite stehen he ach ich hätte ja auch gut gekämpft in die Krabbe die Woche war lange hm mal schauen wie noch Pflanzen finden vielleicht Blutwurzeln das wäre ganz viel jetzt müssen wir jede Menge Muscheln öffnen hier wird wieder rum hinten an der Ferne zusammen packen wir das hm ja geht doch mal hm 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 man muss nicht auf sie auffassen ne das ist Fettnuch so wir machen nicht mehr muscheln hier rumliegen super so aber hier ist nichts weiteres hinten sehe ich noch eine muschel hier ist noch eine muschel blutwurzeln ich nehme alles mit hier ich bin alle mobs hier besiegen Ich helfe dir! Mach Glück damit! 4 Ähm Wann ist es nicht 4? Wann ist es 3? Was ist denn für Kiste? Ach na, na, hat sich versteckt Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach so, hier waren wir noch nicht? Hm, wundert mich weil hier so Mops waren, ne? Ist hier noch was? Hm Hm Das macht aber vielleicht nicht Das stimmt, ne? Ich schau es Ne, ist da nicht so schade Hm, ich schau es Was? Ähm Ähm Sind schon, was das heißt? Also heißt nur noch hoch gehen, ne? War mir noch nicht Die Frage ist aber auch, ähm Wir sind schon wieder ganz vom Weg abgeschweift, was wir eigentlich machen wollten Äh Ach, hier sind noch Mops, aber Fällig ein bisschen Ja, Bomb-Level? Alles klar, okay Tritt mir noch mehr Ach, wo ist noch ein Weg? Ach, wo ist noch ein Weg? Ach, wo ist noch ein Weg? Ach, was meine? Ich hab mich gar nicht gesehen Du hast dich mit einem Verfluchten aus dem Meer angelegt? Ei, das Ding hält auch nicht mehr aus als ein Mensch Das gefällt mir nicht Und wir hoffen, dass nicht mehr aus dem Meer angelegt wird Dann kann ich noch mehr von diesen Typen auftauchen Ich hab noch Grog übrig Komm, gib mir mal was Hier Nimm eine Flasche Gut Ähm Ja War das nicht was? Hier? Ah ja Ist noch drin So Hier ist schon Oh Was müssen wir uns merken hier? Oh, eine Kerle 19 Also Komm, schlafen wir mal Schlafen wir aber bis zum Mittag So Dann sehen wir auch mehr Äh Ja Boah Guck mal Hütter, eine Markenbeere Noch eine Ja Wo es eigentlich ist Und hier Cool Ähm So Mal weiter, ne? Hier alles weg hünden Oh, da sind ja Schweine Habe ich die nicht letztes Nachgesicht? Bauen? Ne, die bauen nicht nach Was? 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 Wie viel Mensch haben wir da? Oh, wir haben schon wieder tausenden Seiten Das geht aber schnell hier Wir haben ja einen Ring bekommen, ne? Inquisitor, Musketer und Kugelsicher Ja, ja, ne Dann finde ich den Ring hier besser Silberzunge und so Leute, mal reden Da gucke ich schon mehr Sinn Ich möchte gerne Ich möchte hier das Gebiet erkunden Wahrscheinlich sind wir noch viel zu schwach da Ich glaube, ich weiß nicht was da war Dann muss ich da auf jeden Fall Mops? Ne Oder ne Okay, dann machen wir weiter Hier sind noch Pflanzen Wie immer sieht man so leicht Das ist Wie immer sieht man so leicht Das ist Wie immer sieht diese Pflanzen so leicht Das ist Ha Oh Nur wenn man drüber steht Ey, das ist Ich muss auf jeden Fall Schlösser knacken Dann müsste man vielleicht irgendwie einen Ring oder einen Ohrring finden Oder Kleidung Oh Warten mal Wollen wir jetzt da weiter gehen Nur noch kurz die kleine Stelle hier Ist die hinten ja nochmal Ein bisschen der Wasserfall Ja, ähm Ich darf hoch Hü-hüchen Lecker Ja So, ihr seid wichtig, ihr geht probieren Und essen Ufff Alles Ja Ja Ähm Ja Hauen wir es mal vorbei rein So Ich geh erstmal hier auf Gucken Ähm Na, die Kiste Ah, so eine Erkundung muss ja auch mal sein, ne Ja Ich will nicht die Folge ein bisschen länger machen Dass wir noch Zumindestens hier unten hinkommen Oder? Ja, obwohl 20 Minuten sind wir schon Wollen wir machen Was ist hier jetzt noch hier? Und dann Ja Bis bald ich probiert Wollen wir euch auch nicht Vielen Dank.